Musik Der Scheißlaut Musik Suche dir ein Tor aus Wenn du ein neues Spiel spielen willst Suche dir ein leeres Tor aus Wenn du schon mal bei uns warst Suche dir das Tor aus Welches du beim letzten Mal gewählt hast Danke Also herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Nach Käpt'n Blauberg Kommen die jetzt Kommen jetzt Nicht kommt Sondern kommen Sind mehrere Die wilden Kerle Passt perfekt Weil jetzt ist ja der Trailer angekündigt worden Zu dem neuen wilde Kerle Film Ganz toll und so Und ja Und jetzt hat Ich bin kein Fan davon Also der Wo ein Fan davon ist Der kann Fan davon sein Aber ich nicht Also ich kann auch Vielleicht ist der Film ja gut Aber ich denke halt nicht Warte ich hab den Spätisch So Jedenfalls spielen wir jetzt Hier die wilde Kerle Und wie er schon gesagt hat Sieh Das Ist der Punkt Was Assassin's Creed Oder Ubisoft Falsch macht Deck Crew Assassin's Creed Unity Beide Spiele Wo ich jetzt auf Steam habe Oder Raymond zum Beispiel auch Hat so etwas nicht Spielprofile auswählen Brauchst du denn Hilfe? Ja ich brauche Hilfe Ganz dringend Brauchst du deine Hilfe? Ein Tor zu werden Das ist gut Das Spiel ist echt gut Das ist besser als Käpt'n Blauberg Äh Nicht Also ich weiß nicht Ihr habt schon Ich kann mich echt gar nicht mehr drin erinnern Ein bisschen Ich kann mich bloß noch an dieses komische Küsse erinnern Jedenfalls Wo war ich stehen geblieben? Egal Wählen wir jetzt einfach mal ein Tor ausbefeuern Hier Warte Was ist denn schön? Ah gelb Ja das war Ich bin gut Wenn du beim nächsten Mal wieder dieses Tor aussuchst Kannst du da weiterspielen Wo du aufgehört hast Ja hoffentlich funktioniert das Weil das hat er bei Käpt'n Blauberg Das erste Mal nicht funktioniert Oh mein Gott Alles ist gut Ach bitte nicht Bitte Hallo Hallo Du da Hallo Hallo Hi Ich bin Raban Raban der Held Ich gehöre so sicher zu den wilden Kerlen Wie der Schinken aufs Brötchen Und das obwohl ich einen schwächeren Fuß habe Reißt mal eure Schlafzimmeraugen auf Denn das hier ist das Land der wilden Kerle Und die wilden Kerle Das sind wir Wer? Rab Ah die Marlon ist die Nummer 10 Er ist Leons älterer Bruder Und unser Spielmacher Und Kopf auf dem Feld Leon Slalomtribbler Torjäger Und Blitzpass Torvorbereiter Er ist unser Anführer Und das ist kein Wunder Denn er kann selbst mit der Kniekehle Oder mit dem Ohrlöppchen ein Tor schießen Das kann ich Das ist Fabi Der schnellste rechtsaußen der Welt Der wildeste unter 1000 Und Felix Der hat zwar Asthma Ist aber trotzdem unser Wirbelschirm Hier haben wir Jojo Der mit der Sonne tanzt Markus Der unbezwingbare Der hält einfach jeden Ball Und Maxi Tippkick Maximilian Der Mann mit dem härtesten Schuss auf der Welt Er spricht nie Nicht einmal wenn er telefoniert Vanessa Die unerschrockene Ist das coolste Mädchen der Welt Und ihr werdet es nicht glauben Aber sie spielt am besten in ihren rosa Lackpüms Da haben wir noch Joschka Unsere siebte Kavallerie Dem Bruder von Juli Juli Huckleberry Vor Nox Ist die Führerkette In einer Person An dem kommt keiner So schnell vorbei Ohne ihn Wäre unsere Abwehr So löchrig Wie ein Schweizer Käse Ach Und nicht zu vergessen Socke Leon und Marlons Hund Der ist cool Wie schon gesagt Ich bin Raban der Held Nummer 99 Raban der Held Ja das ist ja im ersten Teil Wenn du also wirklich Mummen im Knie killen hast Dann schau dich mal bei uns um Und suche dir aus wohin du zuerst möchtest Kampf um Bleibt das Bilde zu klein Also das Das hatte ich früher nicht so Dass das Bild so minimal ist Wahrscheinlich liegt es an der Auflösung Man hat jetzt Also das ist der größte schwarze Rand Den ihr je gesehen habt Oder vielleicht wird es ja gleich Wenn wir in die Vision reingehen Ein bisschen anders Wahrscheinlich nicht Ich glaube nicht dran Ich glaube echt nicht dran Das Spiel ist ja wahrscheinlich Warte ich schon gleich nach Von wann ist denn das? Ich habe hier die Flitzung gekriegen Ist für XP Höchste Höchste Software ist wie XP Und ich spiele es auf Windows 10 Ja das hat funktioniert übrigens Zack Quicktime installiert Ich weiß gar nicht was es ist Aber irgendwas mit Videos Äh und dann hat es funktioniert Aber hier 32 MB Rahmen Blablabla Was? Achso Äh Wo stehen denn das? 2003 Wann ist es Captain Glaube Dann ist es ja älter Das Spiel oder? Ich weiß es endlich gar nicht Sei doch mal wild Entschuldigung Ähm was spiel mal als erstes Wie wild bist du heute Test? Äh heute bin ich ganz wild Das Problem ist Ich weiß es nicht Wie lange wir aufnehmen Weil es war immer so bei Captain Glaube Äh warte fang mal einfach mal an Kann ich auch ja Okay es war schlecht von mir Ich weiß schon aber So ist es Ist es das Quiz? Liegt ja wohl so klar auf der Hand Wie beidseitig benutztes Klopapier Dass wir Die wilden Kerle Richtig hasta la vista Bombastisch wild sind Aha Und wie steht es mit dir? Diese Frage sollte sich jeder wilde Kerl Mindestens einmal am Tag stellen Und das kannst du jetzt auch Höre dir zuerst die Frage an Nach 10 Fragen wirst du wissen Wie wild du heute bist Und jetzt klicke auf die Trillerpfeife Wenn es losgehen soll Piep Was ist deine Lieblingsfarbe? Schwarz Pink oder rosa Ich stehe nun mal da drauf Gelb Hab keine Lieblingsfarbe Ach Gott Äh es ist eigentlich gelb Aber ich bin ja wild Also pink oder rosa Ist ja gut Hätte ja sein können Machst du dich wirklich warm vor einem Spiel? Klar Das war falsch Erstmals stretching Um die Muskeln aufzuwärmen Wozu? Ich fange doch im Spiel an zu rennen Ich kühle mich eher nach dem Spiel mit einer Dusche ab Okay Ich tue es jetzt ab Jetzt Klar Was? Ich habe jetzt Äh Hast du heute schon Spaß gehabt? Klar Ich habe doch heute schon Fußball gespielt Nein habe ich nicht Klar Ich habe doch heute schon die Kleinen gemacht Wer braucht denn schon Spaß? Ich bin eben eher der coole Typ Was bist du denn? Anzug-Futzi-Obermacker? Was machst du? Wenn dir im Spiel ein hundsübel gemeiner Gegner den Ball wegnehmen will Ich versuche den Ball mit einem Stopp-Turn zu retten Ich spucke ihm ins Gesicht Ich stoße ihn mit einer professionellen Grätsche vom Ball weg Mit einem Stopp-Turn Das hört sich an als wenn du doch schon Profi wärst Würdest du dir deine Haare bunt färben? Sind sie schon? Nö Das ist mir zu albern Klar Mal ausprobieren Nein, also das ist ehrlich jetzt Und du bist mir zu langweilig Ja, nein Was zum Teufel ist finden? Mit dem Fuß auf den Ball steigen Um ihn in die andere Richtung zu leiten Den Gegner zu finden heißt Ihn gekonnt in die falsche Richtung zu lenken Solche Theorie brauche ich als Spieler nun wirklich nicht zu wissen Ich weiß es nicht Da hast du recht Wie es heißt, ist doch egal Hauptsache man kann's Wie viel hast du heute denn schon trainiert? Noch gar nichts Seufz Eine Stunde? Sozusagen den ganzen Tag Das kann ich verstehen Ist man da verzweifelt Ohne Seufz Hast du heute schon die doofen Hausaufgaben gemacht? Nein Nö Hab heute zu lange Fußball gespielt Ich schreib morgen einfach in der Pause noch ab Hausaufgaben brauch ich nicht Ich werd auch eh Fußballprofi Also ich wär erstens kein Fußballprofi Zweitens werde ich Äh, hab ich kein Fußball gespielt Und drittens schreib ich's auch nicht in der Pause ab Sondern, ach, keine Ahnung Das nenne ich Organisation Hast du dich schon mal heimlich mit jemandem nachts getroffen? Das mach ich ständig mit meinen Freunden Das würden doch meine Eltern merken Keine Auskunft Das nenne ich heimlich Das hütet man ja auch wie ein Geheimnis Ja Hast du Lieblingsblumen? Mit sowas halte ich mich echt nicht auf Alles was schon bunt blüht Wenn's Stacheln hat Hm, du bist ein Hippie Gib's zu Verflixt du Hühnerkacke Du bist genauso wild heute Wie der dicke Michi schlank ist Am besten verkriechst du dich unter Mami's Küchenschürze Und probierst es morgen wieder Hey, nochmal, oder? Du willst aufhören? Ein Klick Na, Hosen voll oder genug vom Spielen? Ja? Nein? Äh, ich will nicht komplett aufhören Okay, weiter geht's Ich will nicht Ich will bloß Rauch Zurück Ist das zurück? Und? Bist du heute so wild wie ein Hering Der einem Rudel Ohrkas ins Maul schaut? Ich weiß nicht, warum das Kinderspieler Aber die wird doch hier voll fertig gemacht Ist doch für ein extrem Junge So, machen wir gleich in der nächste Mission Ich weiß nicht, wie wir haben wir es Ich hab keine Uhr dacht Das ist so schlimm Äh Also die Fragen hier Die werden wir dann in der Folge machen, glaube ich Am Anfang Ist egal wie lang die Folge werde Jolo Machen wir einfach so lange wie wir wollen Komm, machen wir dieses Hütchen da Oder machen wir es mit dem Kampf ums Baumhaus Kampf ums Baumhaus Das sieht sich toll an Ja, vertreibe die Kanalratten Hui, Fußball, flieg So, los geht's Tutorial Tutorial Wenn du in der richtigen Reihenfolge Den Gegner erwischt hast Hast du ihn besiegt Mhm Soll das Spiel einfacher werden? Klicke auf die 1 Willst du, dass das Spiel schwieriger wird? Klicke auf die 2 Wir sind komplette Hardcore, Leute Wenn du jetzt auf die Trillerpfeife klickst Dann geht es los Boah Oh Gott Attacke Boom Auf damit Was, was ist das? Hopp jetzt nahm nochmal Warte, was steht das? Warte Äh, wo steht denn das? Was muss ich denn drücken? Ich schau dir eins über die Brübe Was muss ich drücken, um die Waffe zu wechseln? Na, sag mal Was muss ich drücken, um die Waffe zu wechseln? Da steht ja nirgends Na, na, ratten Schweinefurt Na, sag mal Komm her Hä, was muss ich drücken? Pass los auf, ich schau dir eins über die Brübe Oh Oh nein, nicht das Baumhaus Ich muss das nächste Mal besser aufpassen Äh, durch Ah, ah Okay U und I Okay Zack Ach, scheiße Na, na, ratten Schweinefurt Na, warte Hey Scheiße, wie soll ich das Oh nein, nicht das Baumhaus Ah, hier kann ich auch noch durch wechseln Was ist das? Na, warte Oh nein, nicht das Baumhaus Ich bin ein bisschen überfordert Aber wir haben Diese Kanalraten schon übertreiben Ist nicht ganz einfach Also, noch ein Versuch Du hast doch noch nicht genug Neues Spiel, neue Chance Warte, ich habe jetzt hier TZUIO Ist das richtig? Das steht ja nirgends Was steht das hier irgendwo? Ne Warte, das steht Ah Ah Okay Ah, die kompletten Okay Blitzlicht Mülltonne Wasserspritzpistole Und dann Dann habe ich den Gegner Tod, oder was? Was ist kompliziert Ganz ehrlich Das ist Das Spiel befordert mich Ja, komm, aber einfach irgendwie Ah, komm, eins Klick Na, wie wäre es mit einer neuen Spielrunde? Ja Alles klar Gut Gut Hey Hey Puh Klappenfrau Geh doch einfach auf Das ist lecker Und die FPS sind auch ganz schön witzig Klappenfrau Toll, bezahlen nochmal Du kleiner Wurm Attacke Verflicks nochmal Also, was muss ich nochmal drücken, um einen Gegner zu töten? Nimm das Juhu Attacke Und jetzt? Hä? Oh, Gott Ah, geklappen Ich weiß, dass Muss man sich das auswählig merken, oder was? Oder muss man einfach nur ganz vor die Vorte Floss auf Ich hau dir eins über die Rübe Ah ja, das geht auf Punkte Oh Leute Oh Leute Nein Ja, warte Können nicht schießen Sorry Hey, lass das Aber wie soll man das Bitter auf schwer schaffen? Oh, Mann Was soll man das Bitter auf schwer schaffen? Hup Der hat auf die Knochen Was ist jetzt? Habe ich jemanden getötet? Oh Gott Ich zeig's dir, du Kleiner Iiiiih, Mama Okay Nicht, 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 nicht Mögest du starten Zack Oh, ist das laut? Ist das bei euch auch so laut? Auch so laut? Was, ich muss ja ein bisschen lauter reden hier Wahrscheinlich nicht total laut Ich weiß halt wie Weil ich mir auch noch mal das mache Ich hab bloß auf dem Desktop kurz mal geredet So bla bla bla, weißt du schon? Brum, brum, brum Oh, Leute Hey, lass das Komm, tötet mich ein Machen wir was anderes Fui, Deifel Fui, Deifel Machen wir das Christo noch Nochmal, dass ich weiß nicht Hey Guck Schau auf damit Hey Müssen wir den durch wechseln Hier Unsere geile Peniskanone Hast Glück auf Ich hau dir eins über die Rübe Zack Zack Toffels Namen nochmal Den Teufel sagt man nicht, Mann Ich zeig's dir, du Kleiner Wurm Ich bin kein Wurm Ich bin ein Attacke Zinosaurier Die sind echt so Klapp Überzeugend Da waren die Sprecher von Glaube besser. Das war ältere Spiele, glaube ich. Na, sage mal. Sorge mal, Junge. Was soll das eigentlich? Das war wohl nicht dein Ernst. Also, bloß auf. Ich hau dir eins über die Rübe. Also, wie kann man die Typen so einmal töten? Blitzlicht, Honigtopf, Federkanone. Achso. Blitzlicht, Honigtopf, Federkanone. Okay, dann fangen wir mit Z. Z-U-I. Na, Z-U-T. Okay, warte. Z-U-T. Jetzt kommst du für das Scheiße merken, ich hasse das. Z-U-T. Sag mal. Z. Okay, Z. Glasse. Okay. Ich zeig's dir damit. Den haben wir mit Z. Den haben wir auch mit Z. Ich will jetzt alle mit Z töten. Na, warte. Glasse. Okay, die kommen irgendwie jetzt immer noch die gleichen. Flix noch mal. Uh, okay. Machen wir's so. Ja. Jetzt T. Kommt. Oh, tschüss. Wir retten. Das war Teamarbeit. Ah. Ha, das lasst euch eine leere Zeit. Mit den wilden Kerlen ist eben nicht zu Spaß. Die anderen zwei hab ich einfach so mit Glück getroffen. Na, wie wär's mit deiner neuen Spielrunde? Ähm, nein danke. Ha. Einmal ist mehr als nichts. Denn jetzt sollten die unbesiegbaren Sieger mehr Respekt vor uns haben. Wir müssen... Na, der Computer ist ein bisschen laut, aber das ist glaube ich... Wie wild bist du heute. Komm, machen wir das nochmal. Das ist witzig. Dann ist glaube ich wieder schon vorbei mit der Folge. Oder vielleicht kommt mir das einfach so lange vor, weil ich... Dann jetzt klicke auf die Trillerpfeife. Wenn es los... Was tust du, wenn du gefoult wirst? Ich bin stock sauer. Aber es ist halt ein Spiel. Jetzt schieße ich erst recht ein Tor. Peckschwefliges Rübenkraut. Ich schlag meinen Gegner natürlich aufs Maul. Ich schmeiß mich hin und wälz mich im Gras. Vielleicht bekommt er ja eine Karte. Genau. Gut so. Spielst du noch mit Puppen? Das hab ich auch noch nie. Bin ich ein Weichei oder was? Hab ich mal. Hat doch jeder. Was machst du am liebsten, wenn die Sonne scheint? Ich leg mich rücklinks ins Gras und lass mich so richtig durchbrutzeln. Fußball spielen. Auf alle Fälle draußen im Freien sein. Keins von. Im Gras liegen ist ja angebracht. Aber doch nur nach einem harten Spiel. Singst du unter der Dusche? Lautstark und so falsch wie ein Turkmene in der Sauna. Ich sing so falsch, dass ich das lieber lassen sollte. Nö. Macht mir keinen Spaß. Die Frage kann ich mich erinnern. Das ist witzig. Seitdem habe ich dann gesungen. Aber das macht dir auch am meisten Spaß. Wie ist es, wenn es mal Streit in eurem Team gibt? Wir brüllen uns erstmal richtig an. Sowas gibt es bei uns nicht. Ich gehe Streit immer aus dem Weg. Wie willst du denn mal durchs Leben kommen? Weichei. Kennst du Tricks, um mit dem Ball am Gegner vorbeizukommen? Klar. So ohne Tricks übt man doch im Training. Bin echt schlecht. Klar. Ich kick dem Gegner zum Beispiel von hinten in den Rücken. Ich schieße den Ball immer weg, bevor ein Gegner in meine Nähe kommt. So spiele ich. Also das ist im Affekt, weil ich einfach schlecht bin. Ich spiele keinen Fußball. Das klingt zwar nicht wirklich profil-like, aber wenn es eine Möglichkeit ist. Ah. Trinkst du gerne Milch? Eigentlich schon. Wenn meine Mutter mich nicht immer dazu zwingen würde. Nee. Ist doch ein Kindergetränk. Mhhh, lecker. Jeden Tag. Nicht jeden Tag, aber ab und zu. Natürlich. Kava und so in der Früh. Ist doch geil. Oder Kaffee. Kaffee trinkst du ja nicht. Das klingt aber jetzt nach Baby. Was würdest du machen? Wenn du mit deinem Fahrrad in einen Obstand reinknallst. Ich helfe dem Obstverkäufer das Obst aufzusammeln und entschuldige mich. Ich lache lauthals und fahre davon. Hab ja noch was anderes zu erledigen. Ich verstecke mich, damit er mich nicht erwischt. Das. Die Punkte. Das ist Mittel, glaube ich. Und das ist natürlich böse. Hm. Und von deiner Mama bekommst du dafür einen Orden? Ich glaube es nicht. Ich hab da Punkte bekommen. Was singst du unter der Dusche? Unter der Dusche singen ist ja wohl voll peinlich. Ich sing so falsch, dass ich es selber nicht hören kann. Noch mal die Frage. Immer den neuesten Ohrwurm aus dem Radio. Genau. Das macht doch Spaß. Ein neuer Junge kommt in eure Klasse. Wie gehst du auf ihn zu? Wenn er nicht wenigstens Fußball spielen kann, ist er eh schon unten durch. Ich lerne ihn erstmal kennen. Unser Team ist voll. Der soll sich gefälligst andere Freunde suchen. Ja. Keine Ahnung. Das sollte man wohl erstmal tun. Nicht ganz so wild heute, wie es sein sollte. Aber probier's morgen nochmal. Hey. Nochmal. Oder? Halt deine Klappe. Okay, machen wir noch eine Runde. Bist du heute so wild, wie ein Hering, der einem Rudel Orcas ins Maul schaut? Nein. Wilden Kick. Das Jump'n'Run Spiel. Oh, Jump'n'Run ist gut. Sei wild! Sei wild! Ich bin wild. Ich bin... Oh nein. Okay. Wenn man Fußballprofi werden will und die Weltmeisterschaft gewinnen möchte, so wie wir, dann muss man schon was dafür tun. Diese läppischen Übungsstrecken, die uns unser Trainer Willi verordnet hat, können uns doch nicht erschrecken. Auch wenn es durch den Finsterwald, die Graffiti-Burgen, Grünwald und durch die alte Industrieanlage geht. Leon, Marlon, Vanessa und ich. Wir stehen bereit. Und wie ist es mit dir? Durchquere den Parcours so schnell du kannst. Hindernisse solltest du mit einem speziellen Sprung überwinden. Jeder Schuss hat seine eigene Taste auf deiner Tastatur. Das Finalspiel kannst du nur spielen, wenn du alle Trainingsrunden mit dem gleichen Schwierigkeitslevel erfolgreich geschafft hast. Soll das Spiel einfacher werden? Klicke auf die Eins. Willst du, dass das Spiel schwieriger wird? Klicke auf die Zwei. Was hab ich gesagt? Ich hab nicht aufgepasst. Wie heißt der? Janosch Marlon? Der Dildo da. Wie heißt der nochmal? Äh, hallo. Ich nehm grad auf. 10. Okay, 10. So. Aha. Trainingsrunde mit Leon. Trainingsrunde mit Marlon. Trainingsrunde mit Vanessa. Trainingsrunde mit Raban. Ah, Raban heißt der. Okay. 10. Die Uhr haben jetzt. Ich hab keine Uhr da. Aber komm, nehm mal den, 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 den. Was steht auf dem Plan? Der da. Sei wild! Grünwald. Ja komm. Klick auf die Trillerpfeife. Auf geht's! Was bringt man denn? Habe ich das jetzt übersprungen oder bin ich dagegen gelaufen? Das klappt schon noch. Klick auf die Trillerpfeife und los geht's. Billard Schuss, B, V, B, N. Also B ist Durf und V ist drüber. Auf geht's! Das war Raw! B ist Durf, oder? Ich hab's schon vergessen. Muss ich drüber? Ich hab ihn! Oh nice. Okay, jetzt muss ich B. Hallo? Das war Raw! Bin halt gut, Junge. Ein Schuh. Huiiii! Geht doch! Heiliger Mucke. Übung macht den Meister. Klicke auf die Trillerpfeife und los geht's! Auf geht's! Komm. Machen wir gleich nochmal. Jetzt muss ich ein bisschen leiser sein, wenn ich schlafe mir hier. Übung macht den Meister. Auf geht's! Auf geht's! Übung macht den Meister. Klicke auf die Trillerpfeife. Auf geht's! Wenn ich zum Aran laufe, dann hab ich doch auch... Auf geht's! Aber wie geht die nochmal? Huiii! Superhistorisch! Ja, du bist auch so pistorisch, du wirst er. Ich bin drüber! Oh! Kunst! Superhistorisch! Pistorisch! Pistorisch! Huiii! Olle! Ich bin bravo! Ich bin bravo! Superhistorisch! Haha! Spaß! Huiii! Und hepp! Und hepp, Mama! Huiii! Oh Mann, ist das behindern! Halalala! Aber das geht auf Zeit, oder? Geht doch! Geht doch! Das ist schrecklich! Es wird echt knapp! Das wäre echt knapp! Aber die Mucke ist gar nicht! Die Zeit geht flirten! Ja, deine Mutter geht flirten! Oh, Entschuldigung! Wir sind durch! Wir sind durch! Da bleibt mir fast die Spucke weg! Auf zur zweiten Trainingsrunde! Wo willst du jetzt spielen? Boah! Auf alle Fälle einmal voll durchgerannt! Super! Boah! Okay, wir haben aber noch ein paar Missionen! Erstmal den Teufelstopf! Dann noch rechts um was! Und der redet halt immer! Ich kann sich mit einem was hinzeigen! Jedenfalls! Ja, der Lucifer hat es sich ja gewünscht! Der Belzbub! Danke! Scherz! Und ja, wir spielen das jetzt auch noch weiter! Zwei Folgen oder so! Nächste Folge noch! Und übernächste Folge haben wir erst schon alles durch! Wir werden immer dieses Ding da machen! Weil da kommen immer neue Fragen! Das ist da unten! Und ja! Genau! Kurzprojekt! Machen wir dann auch noch Captain Blaube oder sowas! Äh, nicht Captain Blaube! Wie es? Kugelblitz! Oder Anno! Oder irgendwas Neues! Aber die alten Spiele sind dann witziger! Ganz ehrlich! Ich finde es witziger! Komm, zu Kugelblitz habe ich auch zwei Teile und die dauern auch extrem lang! Also es sind dann auch so zehn Folgenspiele! So wie Blaubeer ungefähr! Ja gut! Das war dann der Weiterrunde der letzten... äh, nicht eine Weiterrunde! Das war dann die erste Runde! Ein bisschen mitmachen musst du schon, um wild zu werden! Das war dann die erste Runde! Wenn du echt wild bist, kann dir überhaupt nichts passieren! Also mach was! Ja! Wo willst du spielen? Nächste Runde! Ähm! Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Let's Play! Die wilden Kerl! Hat das eigentlich irgendeine... Naja, es heißt eigentlich die wilden Fußballkerle! Alles ist gut, solange du wild bist! Bäh! Ja! Ja! Kann gleich nicht zu laut rumblehren, aber... Ja! Gut! Also dann! Auf Wieder tschüss! Servus! Ja! 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 Ja!